Euch fehlt anscheinend der körperliche Kontakt zu anderen Menschen und nicht mir. Ist ja schlimmer als die Bots, die einen eine Full-Body-Sex-Massage anbieten, über irgendwelche Plattformen. Jetzt habe ich zur falschen Waffe gewechselt, weil ich einfach schon zu sehr erregt bin. Oh nein, du musst das Abonnent nicht mitmachen. Moment, ich habe doch nicht zur falschen Waffe gewechselt. Wenn ich natürlich gerne noch Spitz ausprobiert hätte. Spitz, hat er gesagt. Wäre natürlich die andere schon richtig gewesen. Impressive desvallung der Kinshin. Warum weiblich und rothaarig? Was hast du mit rothaarig? Ich hab nämlich nix mit rothaarig. Achso, wegen dem Verbrennen und Hexenjagd. Ach, wir sind doch nicht so kleinlich und sagen, dass wir nur rothaarige verbrennen. Moment, ist jetzt noch eine seltene Höhle aufgetaucht, da wo schon eine seltene Höhle war. Doofes Spiel. Zwingt mich dazu, in seltene Höhlen reinzugehen. Your hall is my target. Ich bin heute einer sehr witzigen Diskussion aus dem Weg gegangen, als jemand anfangen wollte, dass Monarchie ja total genderfeindlich ist, weil man ja nur Königin sein kann, wenn man einen König hat. Da hab ich erstmal gemeint, dass die Queen ein Prinzgemahl hat, der nicht König ist. Wo auch von der andere Person eingelenkt ist und gemeint hat, ach, so gut kenne ich mich mit dem Thema jetzt auch nicht aus. Aber wollte erstmal so total die Gender-Schiene fahren wieder. Wo ich ja dann schon manchmal allergisch reagiere. Natürlich waren Monarchie damals sehr männerdominierend. Und Frauen wurden da wie Vieh benutzt und verheiratet irgendwo, um politische Stabilität zu sorgen. Also für politische Stabilität zu sorgen in Europa. Hat aber auch nicht funktioniert. Erster Weltkrieg kam trotzdem, obwohl alle verwandt waren. Einziger Vorteil ist nur, du kennst den gegen die New Camps. Heute wird nicht mehr so viel verheiratet zwischen den Adelshäusern. Guten Tag zusammen, da komm ich extra aus dem Lurk raus. Wir müssen jetzt schon in technischen Dokumentationen gendern, die ja an sich vom Anwender her geschlechtsneutral ist. Also ist es das technische Dokumentation? Nein, ich weiß, was du meinst. Übrigens musst du das gar nicht. Es gibt kein Gesetz dafür, die das Gendern aktuell in irgendwelchen Firmen oder sonst irgendwas verpflichtend macht. Und ich habe auch schon relativ viele Sachen gesehen, wo die Leute sagen, in unserem Konzern wird nicht gegendert. Hören Sie bitte auf mit der Kacke. Es wird von der Hochschule dem Professor verlangt. Oh mein Gott. Weißt du, was ich sagen würde? Dann kriegen Sie die Dokumentation auf Türkisch. Da wird nicht gegendert drin. Das ist vielleicht nicht so die beste Sprache mit dem Kunden, aber... Du Ei, leuchtest nicht. Geh weg. Geh volles Risiko. Und es lohnt sich. Komm her, Regenbogenei. Komm her, Regenbogenei. Ja, bei Stellenausschreibungen. Das ist aber immer dieses... Ich weiß nicht mal, ob das wirklich machen muss bei den Stellenausschreibungen. Und dann kommt halt die Sache, es wird empfohlen. Genauso wie die, ähm... die anonyme, bilderlose Bewerbung ja angeblich schon seit Jahren gemacht werden darf. Und gefördert wird von der Bundesregierung. Dass du aufgrund deines Aussehens oder deiner Abstimmung oder sonst irgendwas nicht diskriminiert werden kannst beim Bewerbungsablauf. Macht aber keiner. Firma damals, wo ich noch war, Bewerbung ohne Bild, das sortieren wir mal aus. Obwohl man das ja nicht darf. Und nein, man kann die Firma nicht mehr anzeigen, deshalb, weil die Firma bankrott ist. Alles richtig gemacht. Du musst auch nicht gerne da drin, es muss nur geschlechtsneutral ausgeschrieben werden. Also auf männlich, weiblich, divers. Das finde ich gar nicht so schlimm, wenn dran steht halt, äh, ne? Für Frau, Mann und divers. Was soll's? Ich würde zwar das nicht machen, sondern würde einfach dran schreiben, jedes Geschlecht. Aber das ist dann den Leuten zu doof. Weil sie fühlen sich da nicht persönlich angesprochen. Was soll jedes, was soll jedes Geschlecht sein? Das wäre auch zu einfach. So, dich nehme ich noch mit, dann gehen wir weiter in Questrichtung. Und dann gehen wir weiter. Und dann gehen wir weiter. Das finde ich übrigens von der Menüführung gar nicht so dolle, dass du dich wirklich erst reinklicken musst, um zu sehen, was jetzt die Schwäche war, auch wenn du es aufgedeckt hast. Richtig, lass uns nicht so viel über Politik reden. Hier in diesem Spiel gibt es, glaube ich, nur zwei Geschlechter. Aber mal gucken, was los ist, wenn wirklich mal die Situation passiert, dass du ins Spiel kommst und auswählen kannst zwischen Mann, Frau, Divers. Ich denke mal, der erste Entwickler, der es machen wird, in einem größeren Titel, wird Ubisoft sein. Kannst du bei Cyberpunk? Ja, aber es macht ja keinen wirklichen optischen Unterschied. Hallo, Sylph! Ich wünsche, ich würde irgendeiner Gruppe davon angehören, um dann wirklich zu wissen, ob ich letztendlich dann dafür wäre, wirklich das alles so stark zu differenzieren. Weil ich bin einfach bei nichts der Fan von dieser Differenzierung. Warum müssen alle ein neues Fass aufmachen, ey? Das wird sich auch nicht ändern. Ein königliches Monster erklärt, warum meine Schnurhaare kribbeln. Hä? Was ist ein großer Unterschied zwischen Switch und PC? Naja, auf PC hast du nicht die Mikrovuckler, die die Switch angeblich hat. Und da ich nicht die Switch-Version spiele, sondern nur PC... Keine Ahnung. Optisch wird es wahrscheinlich ein bisschen knackiger sein. Ich weiß, was mir gerade einfällt. Äh... Nicht das. Nicht das. Aber der hier. Dafür sollte es irgendwo hier... Dafür sollte es irgendwo hier... Ach, der Mensch ist merkwürdig. Tut mir leid, ist einfach so. Da wird alles auf die Goldweige gelegt, du darfst eh nichts sagen. Das wird doch alles auch im Kontext gerissen. Ich wollte mir noch das Interview mit dem Laschek angucken, wo er gemeint hat, dass Gleichberechtigung von dem Mann besser... Durchgesetzt werden könnte, als von der Frau in der Position als Bundeskanzler. Wahrscheinlich wollte er einfach sagen, es ist so einfach ein Lappen, ob da ein Mann oder Frau sitzt. Beide haben die Möglichkeiten. 16 Jahre... Merkel war 16 Jahre, ne? Sind wir da wirklich weitergekommen? Die ist ja immer noch unzufrieden, sag ich mal, mit der Gleichberechtigung Mann und Frau in Deutschland. Ich glaube auch nicht, dass das... Dass das... Also es ist egal, wer jetzt da sitzen wird. Als nächster Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin. Ich denke mal, dass die, ähm... Generelle... Der generelle Wunsch nach Gleichberechtigung ja weiterlaufen wird. Ach, verdammt, ich grindet so viel gerade. Gender-Politik ist das, wo sich Leute... Also meine... Ich hab nichts gegen Gleichberechtigung, aber ich finde halt einfach, dass... Vor allem in diesem Gender-Sektor sich sehr viele Leute reinnisten und profilieren, die einfach nicht mehr wussten, was sie anderes machen könnten. Also es ist einfach so ein Bürokratie-Sektor, der... Ja... Arbeit für nichts schafft. Wenn man in unterschiedlichen Sektoren vorwirft... Vor allem der Sprache irgendwo... Dass es irgendeinen Unterschied macht, ob es den Maskulin in der Sprache gibt oder nicht. Während andere Sprachen beweisen, dass es keinen Unterschied macht. Generell sind Länder, wo die Sprachen sind, die keinen Maskulin beherbergen, beziehungsweise wo, äh... Sprachen geschlechterneutral sind, komischerweise Länder, wo die Frauen am wenigsten zu sagen haben. Aber Leute erhoffen sich davon ja, dass es da eine gewisse Möglichkeit gibt, durch eine geschlechterneutralere Sprache, dass sich mehr Frauen für Maschinenbau interessieren würden. Was einfach... Schwachsinn ist. Wenn du Frauen für Maschinenbau interessieren willst, dann muss das einfach vorher interessanter dargestellt werden für Frauen. Oder man sollte mal mit Frauen reden, die das auch machen. Und dann fragen, warum findest du Maschinenbau jetzt so geil? Aber dich hatte ich schon mehrfach. Ähm... Das ist übrigens noch die lustige Geschichte, auch wenn wir jetzt sehr abgeriften, dass Leute, sag ich mal, gewisse Wörter, die ohne Hintergedanken benutzt werden, plötzlich sind die feindlich. Und dann wird halt gesagt, wenn du sagst, ja, aber ich habe gar keinen rassistischen Hintergrund bei diesem Wort oder der Verwendung dieses Wortes, dann heißt es aber, das ist, weil das gesellschaftlich schon so stark akzeptiert ist, ähm... dass wir das so verwenden. Also ist das... Ist der Fehler dann in deinem Kopf? Es wird dann gesagt, der Fehler liegt doch bei dir. Ich denke, das Spiel wird kein Cell-Produkt sein, weil es neu ist. Ja, bei Kindern ist das eh nochmal falsch angesetzt, weil Kinder sich bei vielen Sachen gar keine Gedanken machen. Kindern wird der Rassismus im Kopf eigentlich gesetzt, indem du sagst, okay, das N-Wort ist böse. Das sagt man heute nicht mehr. Dabei haben die einen ganz anderen Ansatz dazu. Nämlich gar keinen. Für die ist das Wort erstmal neutral. Gesellschaftlich wird das böse gemacht. Also das Spiel gibt's bei meinem neuen... Bei meinem neuen, äh... Keyseller-Partner, wo ich aber noch gar nichts dazu gesagt habe letztendlich, sondern das einfach mal verlinkt habe unter den Videos. Ich glaube, der hat 54 Euro. 60 Euro, glaube ich, bei Steam direkt. Und du wirst wahrscheinlich irgendwo sonst das auch günstiger bekommen. Ich habe jetzt nicht alle Preise in der Übersicht. Naja, das Haken-Coins muss man jetzt nicht wiederholen. Ist schon okay, wenn Haken-Coins als verfassungswidriges Symbol nicht gezeigt werden darf mehr. Aufgrund geschichtlicher, äh, Hintergründe. Dann ist es egal, was in anderen Ländern ist. Das ist halt in Deutschland. Aufgrund von geschichtlichen Hintergründen ist das halt so. Und das ist halt in Deutschland. Ganz gut. Es ist halt in der Übersicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ach, was auch immer du für ein Symbol da drauf machst, mein Gott, wäre es eine Ente gewesen, würde halt die Ente jetzt als Symbol verboten sein. Ist doch egal, es geht um die Symbolik dahinter. Aber dass rassistische Ausdrücke aus dem Lebensmittelhandel raus sollen, da gibt es so ein paar Fälle, wo ich gesagt habe, okay, das ist okay. Also Negerküsse halt jetzt in Schokoküsse ist ja schon bestimmt 20 Jahre her, als das umgewandelt wurde. Was soll's? Aber es kommt wahrscheinlich so weit, dass das Kind auf der Kinderschokolade schwarz wird. Gibt's bestimmt schon, oder? War mir nur kurz durch den Kopf gegangen. Soll sie einfach jegliche Gruppe von Kindern drauf machen. Wir haben doch auch schon lila Kühe. War da nicht einfach mal mit dem Schoko-Jungen schon mal ein Problem, weil ein schwarzes Kind auf einer Schokoladenpackung war? Nein, es kommt zu Problemen, wie bei Balsen. Schönster Fall, glaube ich, im letzten Jahr oder dieses Jahr war es sogar, wo bei Balsen die Mischung, die Keksmischung Afrika beworben wurde, die es irgendwie schon seit 60 Jahren gibt oder 50 Jahren und die halt, sag ich mal, schwarze Schokolade beinhaltet hat und auch die schwärzeste Schokolade und so weiter und so fort. Und das halt eine Diskriminierung wäre auf den Kontinent Afrika. Also ich würde mich freuen, wenn mein Gesicht eine Kartoffel zieren würde und man sagen würde, das Beste von Deutschland. Auf die Kartoffeln. Ich würde mich nicht diskriminiert fühlen. Ich würde mich nicht machen, also bei Balsen. Ich würde mich nicht anschauen, also bei Balsen. Ich würde mich nicht bewusst auf den Kontinent auf den Kontinent zu reduzieren. Ich würde mich nicht festlegen. Und wenn mich nicht mehr zu Hause mit Balsen zu reduzieren, Ich würde sagen, das Game bockt. Wenn du Grind magst, bockt das Game. Man darf doch keine Kennzeichen mehr mit den Zahlen 28 haben. Ja, das kann ich übrigens nicht nachvollziehen. Geh weg, ich will nicht mit dir kämpfen. Ja, das kann ich übrigens nicht nachvollziehen. Mit Grinden habe ich kein Problem. Ja, dann ist doch alles gut. Weil so langsam jetzt so seit dem zweiten Inselabschnitt, finde ich schon, dass es schon ähnliche Grinding-Anlagen hat, wie das Original-Monster anzahlt. Ach, kacke. Falsche Angriffsart gewählt. Also ich weiß, ich bin preis, das ist immer so eine Sache. Viele sagen, 60 Euro sind zu viel für ein Spiel, vor allem, weil man es auch für 55 kriegt oder für 50 wahrscheinlich irgendwo. Und ich glaube, ich habe es auch schon für 44 gesehen in den dubioseren Stores. Und ich finde eigentlich, wenn man so ein Spiel hat, was irgendwie 30, 40 Stunden geht und das sind dann 50 Euro oder etwas weniger, ist das eigentlich ein ganz guter Maßstab. Klar, es gibt Spiele, die kosten 20 Euro und gehen hunderte von Stunden, wenn man Spaß dran hat. Ja, ich weiß noch gar nicht, was du hier später in dem Spiel anstellst, weil theoretisch ist es ja so, es kommen noch weitere Updates, es sind ja schon einige angekündigt for free, wodurch man halt noch mehr sammeln kann. Und den Multiplayer habe ich auch noch nicht ausprobiert. Es gibt ja Koop-Missionen hier. Aber für mich ist das ja eh immer schwierig zu bewerten, weil, so wie Leute vielleicht manchmal sagen würden, du kriegst die Spiele ja eh in den Arsch gestopft. Was nicht immer der Fall ist, manche Spiele kaufe ich auf. Also wenn sie mit Monster Hunter mit der normalen Serie mit einhergehen, dann wird es auch eine, also ein Endgame geben. Dann wird nach der Story nicht das Ende sein. Weil du halt immer noch Ausrüstung sammeln kannst wahrscheinlich und besonders schwere Monster jagen kannst. Wo es ja auch neue Quests geben soll und auch neue Monster später. Sind auch schon einige angekündigt. Einfach mal den Content-Update-Plan angucken. Also bis September kommen glaube ich vier neue Content-Updates. Hast du Arborion schon mal angezockt? Ja. Arborion würde ich auch immer empfehlen. Arborion ist nämlich richtig cool für, sag ich mal, ein Weltraumspiel mit so ein bisschen Minecraft-Optik. Aber relativ vielen Freiheiten. Und ich empfehle es auch, weil ich den Entwickler kennengelernt habe und das ein toller deutscher Typ ist. Gamescom 2018 haben wir mal ein bisschen länger gequatscht. Boah, war 2.19. Jedenfalls auf der letzten Gamescom, die es noch gab. Das müsste 2.19 gewesen sein. Also wer ein bisschen Weltraumspiele mag, der sollte auf jeden Fall den Entwickler von Arborion unterstützen. Sieg. 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 Was? Technik, Technik. Da bleibt nur du als Konter-Einheit. Boah, jetzt machst du auch einen Technikangriff, das ist aber scheiße. Das Spiel ist eine Mischung aus Final Fantasy Pokémon. Ich habe vergessen, was das dritte war. Ob ich die Schadenswerte sehe, bin ich zu schwach für den echt. Und Monster Hunter, aber Monster Hunter ist ja die Hauptserie. Das ist ja eigentlich nur Monster Hunter Lore. Aber jetzt hat das jemand ganz gut zusammengefasst zwischen drei Spielen. Ich weiß, dass du uns warst, Rasputin. Also scheiße. Der Angriff war nicht übertrieben. Der war noch gar nicht so übertrieben. Es gibt noch übertriebenere Angriffe mit viel größeren Explosionen. Ja, Zelda ist auch so ein bisschen das Artstyle, erinnert daran. Also wie halt auf der Switch das Maximum rausgeholt werden kann. Mein Gott, ich gewinne den Kampf und kriege 100 Schaden. Ich glaube es ist ein Wunder, da ich so lange noch lebe. Ich glaube es ist ein Wunder. So wie im Titel beschrieben. Spiele ich natürlich auf dem PC. Mit einem Xbox-Controller. Das machen wir jetzt anders. Wirkungslos, was ein Traum. Und ja, das viel nimmt Schaden. Aber wenn schwer an der Nebenquest steht, scheint das wirklich schwer zu sein. Das erste schwere Monster habe ich noch relativ leicht knacken können. Aber das hier ist ja echt heftig. Oh shit. Jetzt, Schatz! 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 Oh, meine Bewaffnung ist einfach zu schlecht. Weil ich noch nicht die Upgrades gemacht habe. Oh nein. Boah, der haut ja mich mit einem Schalck weg. Der blaue Balken bei dem Monster ist das Teil von dem, was zerstört werden kann. Und die blaue Kugel unten sind die Bindungskräfte zwischen mir und meinem Monster. Wenn die Bindungskräfte voll sind, kann man das Monster halt reiten und Spezialangriff machen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal right on. Weiß nämlich gar nicht, was dem sein Spezialangriff ist. Rutschstoß. Oh mein Gott, es rutscht auf einer Banane aus. Ich finde, das ist der beste... Der beste Spezialangriff bis jetzt. Obwohl das Monster danach anscheinend eine Runde liegen muss. Da kommt auch so eine Idee, ey. Ich gehe jetzt auf einem respuestaust. Bis jetzt nicht. Komm, angreif mir das Pukai Pukai das stärkste was ich hab. Zeig deine Arme die viel zu dünn sind. Die Arme die viel zu dünn sind.